Die Rote Ruhr-Armee führte im Ruhrgebiet im März 1920 zur Abwehr des Kaputsches und zur Durchsetzung revolutionärer Forderungen einen bewaffneten Kampf gegen die reaktionären und republikfeindlichen Freikorps- und Reichswehrtruppen, der als Ruhrkampf, Ruhrkrieg, Aufstand an der Ruhr oder Ruhraufstand bezeichnet wird. Sie zählte mehr als 50.000 Bewaffnete, zu einem großen Teil vom Ersten Weltkrieg her front-erfahrene Arbeiter und wurde von der Kommunistischen Partei Deutschlands und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands getragen. Die ersten Arbeiterbataillone der Roten Ruhr-Armee wurden im Amt Mängede und in Ickern aufgestellt. Sie bestanden zu dem Zeitpunkt hauptsächlich aus Sympathisanten der anarcho-syndikalistischen Freien Arbeiterunion Deutschlands. Der Aufstand der Roten Ruhr-Armee und der mit ihr sympathisierenden Arbeiter wurde im April 1920 durch die von Generalleutnant Oskar von Water befehligten Freikorps und Reichswehrinhalten blutig niedergeschlagen. Film Dr. Heiner Herde – Die Rote Ruhr-Armee Film Dr. Heiner Herde – Die Rote Ruhr-Armee